Na komm mach nochmal, sag so hübsch aus. Bitte mit Ansagen. Oh je, ist schön. So Jan, du gehst schon mal hin und freundest dich schon mal mit denen an. Genau. Plötzlich haben wir dich schon noch näher an. Du kannst ja auch den Fangfisch imitieren. Quatsch, ich dreck mal da schon irgendwie raus. Ja, Mensch, da haben wir es wieder.